So, okay, was geht, Leute? Und ich wollte noch mal kurz was zum Gameplay jetzt sagen, denn das Ganze war in einem 2K-Tournament. Das heißt, es gab halt mehrere Runden, das hier war im Achtelfinale? Ne, Viertelfinale. Was halt echt nicht so nice war in der Runde, ist, dass unsere Gegner den Host hatten und die kamen aus N.A. West. Das heißt, wir hatten einen schönen 200er-Abhängen ungefähr, die ganze Zeit lang. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal N.A. West gespielt haben, ich denke mal, die meisten eher nicht. Es ist echt nicht schön, wenn du versuchst zu bauen und es kommt wirklich eineinhalb Sekunden später, fängt es erst an ungefähr, oder noch später. Ja, und wegen diesem Ping-Unterschied hatten die Gegner auf jeden Fall auch echt ein Vorteil gegen uns, aber trotzdem viel Spaß mit der Runde. Ich gehe nach ganz hinten rechts, glaube ich. Oder wo willst du hin? Ich gehe ganz vorne, hoch aus, ich komme nicht weiter. Das ist der Tibor-Badge, ja, direkt neben mir sind es drei Leute. Willst du auch mit ins Hochhaus? Ja, mache ich dann. Oh, ne, 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 lass ein Haus weiter. Okay. Wo der Fuffi oben drauf war, da bin ich. Ich kenne das gegenüber, okay. Da ist aber nichts, gar nichts im Haus. Ich glaube, das war nicht mal ein Haus, so gefühlt. Ich habe zwei leere Häuser. Ich habe hier eine Shotgun für dich, ne? Oh, das bist du. Weil ich habe eine Übermelde-Kiste. Oh, yo, geheimer Raum. Ich hole mir auch schnell die Tactical vom Dach. Sollen wir welche pushen, oder was machst du? Ja, hier ist einer, direkt. Jo, ich komme. Er chillt. Er ist nicht kacke. Den an. Was tun wir? Lol, ich dachte, wir splitten uns. Hey, warum? Wir sind von zwei Seiten, egal. Ja, ist auf dem Dach. Er ist zu seinen Mates. Er ist unten. Hinter dem Schornstein auf dem Dach. Oh, das ist aber nicht schwer. Ich bin nach Squads. Ja, klar. Schon wieder vergessen. Da kommt der, ne? Oder waren das Fake-Steps? War Fake. Hier ist ein Slurp. Schon wieder schnell. Oder willst du ihn nehmen? Äh, nee, jetzt. Pass auf. Slurp wäre jetzt echt was Feines. Der ist bei mir. Der gankt noch. Och. Ich bin low. Ich bin noch 90, der ist über low. Das sind Minis. Voll. Ich nehme einfach den Slurp, oder? Dann bin ich fast voll. Oder ist das Kuchen? Ich isse dann Kuchen. Ja, mach du das. Slurp. Wenn man einfach vergisst, dass man Squads spielt, alter. Und man hat sich, ich habe mich so gefreut, als zwei von den down waren. Oh, und jetzt finde ich den Mates geht. Nee, das lohnt sich nicht mehr. Das soll man nutzen. Innen ist noch ein Kuchen. Also alles gut. Jo. Aber jetzt weiter. Boah, ich bin gerade richtig komisch rumgeleckt. Also den Rest. Und dann lassen wir jetzt echt... Ja passt. Ab nach Retail oder was? Ja. Oh, ich schleiche einfach so rum. Kick me ready. Kann's rein. Naja, drop direkt. Wollen wir den noch mitnehmen oder? Scheiß. Oh ne, scheiß drauf. Direkt vor uns, egal. Direkt in Retail rein oder? Wir gehen dann zu den Rifts nach rechts. Das sind keine Rifts, ich seh ich sehr dran. Das ist direkt in Retail. Da läuft auch einer, siehst du den? Beim Fußball-Basketballfeld? Ich seh einen in der Mitte. Ja, ich geh in das Basketballfeld. Ja ok, ich komm mit dir. Er ist im Haus. Geht die Treppe hoch? Oh, er hat zugebaut, er sieht mich. Er hat mich. Jure. Fuck, ich bin nicht mehr. Er lag. Seine T-Mails. Hab einer genockt von dem. Einer ist im Haus. Er ist überlaufen, er ist überlaufen da. Ja. Ja. Einer ist hier noch. Um, 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 um. Es ist ganz oben auf dem Dach. Geht auf mich? Ja, jetzt guck das. Ja, geht. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es war so wichtig, ne, weil es war noch 2 genockt. Hättest du jetzt verloren, hätten wir 3 Kills, miese. Mann, ich hasse die MP, die ist immer instant leer und macht keinen Damage. Ja, dann nimm hier die P90 jetzt. Ja, ich... Hast du noch Millis über? Naja, ich hab nur eins, das nehm ich gerade. Ja, ist gut. Ich hab nur noch Bandagen. Wir haben 7, die haben 6. Hier sind noch Minis und Lagerfeuer. Hier sind zwei Minis, kannst du einen haben. Alles, ist der ganze Stuff unten? Weil ich hab drei ganz hinten einen gepömpelt. Aber vielleicht war das auch der, den du gerade gelootet hast. Naja, das war der, glaube. Aber das war aber nice gemacht eigentlich. Der ganze Fight. Kannst du mir den Schock gern Feuer? Oh ja, ist der echt. Wir müssen direkt weiter. Ja. Wie viele Mets hast du? Ich hab 750. Ich hab 300. Also 400, ne 500 insgesamt. Ich hab auch noch Bouncers, immerhin. Ich hab auch Bouncers. Ähm, Salty oder wohin? Ja. Jetzt haben die 9 Kills. Aber guck mal wo die sind, als ob die da halt Gegner finden. Das ist halt echt. Obwohl die von Lazy halt. Diese geile Rotation, die wir eigentlich immer spielen. Links von uns. Fighten. Hä, war das auf uns? Ne, oder? Ne, ne. Da hab ich's gehört. Ja, wohin. Immer. Oh, ich sehe da einen langlaufen. Im Haus oder dahinter? Dahinter. Zwei sogar. Oh mein Gott, ich glaube es ist... Vielleicht hat er mich doch nicht gesehen. Mach ich's dir ein? Darf ich ihn snipen? Wenn du kannst. Der ist unter mir im Haus, da eine. Hab ihn's Headshot. Oh, ich komm ja nicht hoch, Alter. Ich bin irritiert. Das war wichtig. Er geht halt auch einfach nicht down. Er war ein netter Damage von mir. Junge, was? Eingehackt. Nimm du den Slurp. Nimm du den Slurp. Bei dir hielt er ein bisschen nach. Minis und alles. Jojo, ich... Ah, ich bin auch voll. Passt. Hier ist noch, äh, Holz. 10 zu 10, Digga. Ich bin voll. Also, mit, mit. Dann, ultra wichtig. Hast du noch Minis? Über? 10 Stück. Kann ich 3 haben? Oh, ich hab's jetzt 2 gedoppt. Soll ich noch einen geben? Ne, ich hab jetzt 3. Pumple 6 Stück. Die nehm ich mal mit. Und ich glaub meine AR. Ja, moin. Ja, ich hab jetzt Tommy Gunshot, Gunsniper und Pumple. Okay. War jetzt Salty rein oder Dusty? Das Salty noch. Jojo, würd ich auch machen. Hast du nen Jump Pad? Bauen sie das, das war's. Schremmfeier. Das man hier wieder nicht bauen kann. Ja, aber die spielen ja gleich auf unserem schönen Ping hier. Auf unserem... 200er. Oh, da fliegt ein ganzer Squad. Siehst du die? Richtung Norden. Bei mir links, Süden sind welche. Lass sie Süden fighten, oder? Die haben mich gesehen. Jojo. Zwei Stück mindestens. Die einen hat... Ich lauf rum. Bin ich nicht auf seinem Kopf drauf, oder was? Ab 2. Ja, die sind... Ja, die Koppeln, der ist halt OP. Ja, der letzte ist hinterm Baum, der ist auch low. Also 100 höchstens. Ich push ihn jetzt um. Ich flieg natürlich gegen den Baum, er nicht. Ey, es geht halt auch nichts rein, Alter. Ich krieg die ganze Zeit Hitmarker, aber es geht echt nichts rein. Ich kann mich nicht hochbauen. Bin einfach nur Zeit verschwinden. Ich kann mich nicht hochbauen. Oh, bei mir. Bei mir ist noch ein anderes Team. Du musst schnell zu mir kommen. Ja, ich lauf gerade. Ich lauf gerade. Ich lauf gerade. Habe ihn. Solo? Ja, ne? Ja, ja. Solo. Lass direkt weiterlaufen. Ja, ja. Wir haben keine Zeit. Ich hab nen Jump Head und so. Ich hab Bouncy. Sollen wir hochbauen, oder? Nee, nee. Brauchen wir nicht. Die kriegen Schaden gerade, glaube ich. Die kriegen Schaden gerade, glaube ich. Wie wollen wir zu den? Da siehst du den da ganz oben. Wollen wir mit nen Jump Head? Ja, okay. Warte, komm zu mir. Plays schonmal? Alles? Das reicht, das reicht. Das reicht. Boah, ich bin... Ich hab's doch kackt. Ich komm wissen, ich bin... Egal, du kannst nochmal rein. Äh, ich hol mir den einen, der hier an der Ramp ist. Es sind vier Leute an der Ramp. Ich haile die ganze Zeit. Oh, jo. Oh, komm schon. Bin zu, bin zu. Ja, ich hab ihn. Dann bei dem ganzen Squad was hier hat. Ich durche was für Schüsse. Oh, ich kann meine Waffen. Ich hab noch einen gelockt. Ey, der Pink. Es ist möglich auf dem Server. Das ist unmerklich. Da wurde genug drauf, Nick. Du kannst mich ganz schnell redzen. Ich komm hier nicht hoch. Du musst dich nur übel beeilen. Die holen gerade alle Case. Da ist noch einer. Du Maschine. Oder nee, hast du den letzten bekommen? Nee, ne? Eigentlich schon, oder? Ey, ich kann nichts editieren. Ich kann meine Waffen nicht switchen auf dem Server. Ich hab noch einen Stub für dich. Ja, moin. Den hätt's mir auch vorher gegeben. Ja, ja. Hab ich auch jetzt gerade gesehen. Hätt ich hunderts gehabt. Glaubst du jetzt den überlebt? Ah, nee. Ich konnte meine Waffen nicht so tun, ne? Ich hab die ganze Zeit mit. Warum hab ich eine Spitzer genannt? Ey, da sind drei Leute auf dem Tower. Oh. Der eine spammt wieder Ghost Retouch. Der andere schmeißt die Nades zu uns. Oh, hier ist ein Chuck Chuck. Ich will die einfach nur runterschießen irgendwie. Wenn das geht. Ich, 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 ich kann nichts machen auf diesem Server. Es lag alles so krank. Ist das bei dir nicht so? Doch, doch. Ich kann keine Sachen switchen, wenn ich von Shotgun auf Tommy, ne? Es geht nix. Ich meine, ich kann den Ghost Retouch dauernd noch. Ah, war bei mir auch nicht, ja. Ich helfe ihm gerade. Oh, ich spreche mich mit 94, Junge. Alter, der eine Mate ist da unten. Den kannst du clean. Den Typen. Der ist unter mir. Der wird umgespammt jetzt. Der ist genau unter mir. Läuft jetzt nach Osten. Oh, der hat ihn, der Mate. Weil du willst nicht verwiven und dann pushen wir einfach weiter. Ja, passt. Leckt echt zu. Wir haben gerade Gleichstand, ne? Und das, obwohl wir auf NOS sind. Was? Wir haben so viel Kills, ne? Nein, nein, ich meine, warum haben die so viele Kills? Wir haben eigentlich, ich dachte wir hätten übel den Vorsprung. Ohne Witz. Hast du noch was zum Heeren oder ist hier unten was? Nee, nee, gar nichts. Da liegt aber bestimmt nachher. Ich finde gerade gar nichts. Ich will noch irgendwas zum Heeren schnell Minisilter und dann feiern wir uns. Ich glaube der hat ein Jump Pad geplaced. Ja, ja. Das ist ein Chuck Chuck. Soll ich den nehmen? Nee, das dauert zu lang. Echt? Ich muss eigentlich. Ja, okay. Dann nimm. Place dir noch einen Bouncer. Nimm einfach noch das Jump Pad und flieg ein bisschen rum. Dann kannst du ja Leute suchen. Vielleicht hat er welche, der ist gelandet neben Rita. Nee, der ist nicht weiter gekommen, weil er kein Bounce Pad hatte. Ja, okay. Obwohl jetzt hat er welche. Okay, gehst du auch an? Oh. Soll ich auch noch hingehen? Kacke. No, ich save die first. Der ist so kacke der Typ. Er hat ihn halt. Soll ich woanders hingehen dann? Der holt einen ganzen Squad. Das waren die größten Randys, ne? Nein, als ob er gerade einen ganzen Squad hat. Noch drei Gegner. Nein, ich glaube ich weiß, wo die. Oh, als ob die da drin sind. Der Mate geht dir direkt hinterher. Mann, der ist allein und holt halt noch einen Squad, ey. Ohne Witz. Hier ist niemand. Als ob nicht. Einer vom Sturm erfasst. Alter, wollt ihr uns trollen? Boah, ich hab keine Bounces mehr. Was wurde denn hier gemacht? Aber das hat auch keiner drin. Junge, als ob die so krank viele Kills auch gemacht haben. Wir haben 22, wir haben 17, ne? Ja, die haben 21. Ach ne, du hast die 6, stimmt. Aber trotzdem. Vielleicht so. Wir haben 18, ja. Wenn wir jetzt noch den, die beiden Kills holen würden, dann ist halt, äh, dings, 20 zu 21, dann würd's halt passen, weißt du. Vielleicht so. Ja, die müssen in Retail drin sein, oder? Weil, Carl. Ich glaub er hat sie nicht. Du warst bei ihm die ganze Zeit rumlaufen? Ne, soll ich machen? Ja, ja. Er baut sich auch halt bei den Häusern hier einfach nur in Lamm. Vielleicht wieder ein Jumphead geplaced. Jumpheads hat den. Die müssen ja in Retail drin cappen. Beim Shop ist, ist ne Holzplatte drin. Ich glaub die sind hier. Ja. Ah, die sind hier. Wo? Oder? Nee. Ich dachte hier hätte jemanden. Aber das war der dann. Ja, kann gut sein. Hä? Du bleibst bei ihm, ich lauf komplett auf die andere Seite. Ich lauf erstmal zum Jumphead, danach geh ich zu ihm. Er geht auch zum Jumphead. 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 Die capen in irgendeinem Haus drin oder so. Ich geh wieder zum Jumphead mit ihm. Oder biegt er jetzt doch ab? Naja. Er spammt die zu. Oder ne, er spammt ein Haus zu. Sind da, oder? Nee, nee. Hier ist keiner. Ach. Hat er sie jetzt gesehen? Er läuft gerade jetzt straight zum Grauen Haus. Genau da, wo du auch die müssen noch da drin sein, oder? Oh. 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 Ich kann halt nix playsen. Hä? Wo wollen die bitte sein? Es ist halt so dumm. Es sind zwei Leute und campen komplett rum. Ganz im Südosten. Ey, ohne Witz? Ey, ich fliege. Achso. Hier ist keiner. Ich hab sie. Nice. 20 zu 21. Jetzt müssen wir ne gute Runde hinlegen. Aber wahrscheinlich machen die 21 kills. Ich dachte, wir werden so ein Vorspiel mit den Kells, ne? Ja, die haben über viel geholt.